So baut ihr die Sleeves an. Schritt 1. Gefährt aufbocken oder Räder abbauen. Das benötigt ihr. Kompressor oder Luftpumpe. Eure mega geilen Sleeves, die ihr bei uns im Shop gekauft habt. Kauft ihr deine Sleeves noch heute auf baubombs.de slash shop. Ein Hammer, am besten Gummihammer. Wenn ihr so einen Hammer benutzt, übernehme keine Haftung, bis ihr eure Sleeves zerstört. Schritt 2. Räder einseifen. Danach einmassieren. Schritt 4. Luft ablassen. Einfach Finger in das Ventil drücken und diesen kleinen Nüppel in der Mitte runterdrücken. Dann geht die Luft raus. Sleeves einseifen. Mit Gummihammer Sleeves aufschlagen. Wenn ihr das nicht draufkriegen solltet, könnt ihr euch mit einem Spanngurt helfen. Okay, halbwegs mittig ausgerichtet. Jetzt müssen wir noch den Reifen auf 2 bis 4 Bar aufpumpen. Part 2 angebracht. Nächster Schritt, Spaß haben. Musik 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 Musik